Die Arbeiten in unseren Videos werden durch einen Fachmann ausgeführt. Alle Erklärungen sowie Durchführungen sind lediglich eine Empfehlung der Anbieter. In diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie den Kondensator Ihrer Tischeisvitrine reinigen können. Lösen Sie zuerst die Schrauben der vorderen Blende. Nehmen Sie dann die obere Abdeckung mit dem Deckel ab. Sie können jetzt den Kondensator mit einer Bürste oder ähnlichem reinigen. Setzen Sie nun die obere Abdeckung wieder auf. Befestigen Sie dann wieder die vordere Blende. Befestigen Sie dann wieder die Abdeckung. Befestigen Sie dann wieder die Abdeckung. Befestigen Sie dann wieder die Abdeckung. Untertitelung des ZDF, 2020